Liebe Schwestern und Brüder, wer etwas auf Herz und Nieren prüft, will sich seiner Sache hundertprozentig sicher sein. Bloß keine böse Überraschung erleben. Beim Autokauf zum Beispiel. Testberichte werden gelesen, Preise verglichen, wer Ahnung hat, inspiziert den Motor ganz genau, prüft das Lieblingsstück in Spee auf Herz und Nieren. Etwas auf Herz und Nieren prüfen. Diese Redewendung kommt aus der Bibel. In Psalm 7 zum Beispiel heißt es, die Brustheit der Fräfler finde ein Ende, doch dem Gerechten gibt Beistand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Und das Losungswort für heute aus dem Jeremia Buch sagt uns, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich der Herr kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe jedem nach seinem Tun. Wenn Gott uns auf Herz und Nieren prüft, dann geht es ums Ganze. Denn unser Denken, Fühlen und Wollen gehört in der Bibel untrennbar zusammen und findet in der Mitte des Menschen im Herzen zusammen. Die Nieren gelten als Zentrum der Lebenskraft. Aber auch der Not und der Trauer. Das kennen wir, wenn wir sagen, dass uns etwas an die Nieren geht. Etwas auf Herz und Nieren prüfen ist viel mehr als das Vergleichen von Angeboten oder das In-Augenschein-Nehmen von Motoren. Ich bitte Gott für uns und alle Menschen, lass unser Herz immer wieder zur Werkstatt Gottes werden. Ich schaue in mich hinein und versuche mich in die Situation anderer hinein zu versetzen. In die Kassiererin im Tegut, die geduldig immer und immer wieder die Frage nach der nächsten Toilettenpapierlieferung beantwortet. In den Paketboten, der hin und wieder Zeit für ein Schwätzchen hatte und jetzt schneller unterwegs ist. Ich schaue in mich hinein, befrage Herz und Nieren. Ich übe mich darin, wahrzunehmen, was in mir ist und um mich herum, ohne es sofort bewerten zu müssen. In der Aufgeregtheit und Besorgnis dieser Tage finde ich Frieden in diesen Worten von Albert Frei. Gott sieht unsere Tränen. Gott fühlt unseren Schmerz. Gott kennt unser Sehnen weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht. Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. Darum lasst uns beten. Du schenkst uns Worte Gott, auch in Zeiten, in denen sich alles um Corona dreht. Erinnere uns daran. Wir können ausdrücken, was uns beunruhigt. Wir können teilen, was uns ängstigt. Wir können weitergeben, was uns Mut macht. Wir können sprechen, Gott, mit Menschen unseres Vertrauens und mit dir. Gib uns Worte, die uns und andere trösten. Du hast uns Verstand gegeben, Gott, auch für Zeiten, in denen die Angst groß wird. Erinnere uns daran. Wir können unterscheiden, wo ist Vorsicht berechtigt? Was macht uns nur nervös und panisch? Welchen Informationen können wir trauen? Wann ist es besser, einfach wegzuhören? Kläre unsere Gedanken. Du hast uns Augen und Ohren gegeben, Gott, auch wenn wir unruhig mit uns selbst beschäftigt sind. Erinnere uns daran. Lass uns sehen und hören, was andere brauchen. Führe uns über unsere Sorgen hinaus ins Weite. Lass uns die Menschen im Sinn behalten, deren Leben ganz unmittelbar bedrängt und bedroht ist. Stärke unsere Liebe. Wir danken dir, Gott, dass wir leben. Das ist nicht selbstverständlich, obwohl es uns oft so scheint. Lass uns jeden neuen Tag mit Freude begrüßen. Lass uns spüren, dass es gut und wichtig ist, auf der Welt zu sein. Gott schenke euch eine ruhige Nacht, ein frohes erwachen und einen gesegneten neuen Tag. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020